Das ist unser Held, Gullibar. Er ist nicht besonders groß, aber er stellt sich große Fragen und hat große Träume. Gullibar, was möchtest du werden? Ich will Abenteuer erleben. Seh'n so, dieses Fernweh zur Seh'n. Oh, 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 wenn wir pechern, wird das ein richtiger Erkrank. Du gehst besser unterdeck'n wieder. Auch wenn die Wellen gegen euch stummt, das kommt immer davor, als nicht zurück, vertraut euch euch, vertraut euch zurück. Ich fürchte nicht den Sturm, er wird vorbeiziehen. Er wird vorbeiziehen und wir werden uns verstecken, damit uns nichts passiert. Eins, zwei, drei. Egal, ich bin nicht stärker, alles wird okay. Egal, war man was, da war man wurscht. Da war man was, man wurscht. Egal, war man wurscht. Guten Morgen, Kinder. Guten Morgen, Frau Lehrerin. Was höre ich hier? Nur Geschrei und Streiterei. Könnt ihr euch denn niemals einigen? Warum müsst ihr euch die ganze Zeit streiten? Meine Ohren tun schon weh. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Komm, hier ist mir keiner. Was ist das? Was ist das? Ja, ich bin nicht mehr. Das ist mein Eier, mein Bergen, mein Eichen, hab ich gerade aufgegessen. Ja, ich bin nicht mehr. Was willst du? Ich bin in Frieden. Ich bin in Frieden.